Aufsicher jetzt darfst du gar nicht ich war doch grad schon ja? ja, stimmt, DLC-Partner ja moin moin, voll und du kommst zu deinem weiteren Partner des Braille Rainbow Six Siege oh, Adrenalin fließt noch in meinen Adern wir sind hier nochmal, oder das erste Mal, nicht DLC-Partner-mäßig auf der Küste unterwegs ähm, schon mal trug Re-Re-Forcement ist für mich unsichtbar ich war so verwirrt, ich wollte Re-Force und dann so, wieso geht das nicht? Loll du bist einfach dumm das ist der Raum, den wir vorhin schon geworfen ja, der Raum ist halt ich wurde entdeckt, Leute, ich wurde entdeckt von der Drone scheiße wir sind hier jetzt unten, ne? krass krass hier ist ein Eingang voll krass, Digga voll krass, korrekt, Alter hier haben wir sie Schockdrohne tot Hallo ich hab ne Schockdrohne, Mirror Sie lokalisiert darf ich jetzt an deinen Nippeln lutschen? die Mirrorfenster, genau sorry about that ja, was ist das für ne Aussage, sorry about that ich hab deine Schockdrohne ich hab die Schockdrohne gekillt wenn du vor dem Mirrorfenster stehst, kannst du von zwei Seiten gekillt werden ich hab noch kein Herzchen gegeben, Leute scheiße, mein Facebook hat sich aufgehangen Mist und dafür, dass du die Drohne killst danke jetzt will ich aber auch deinen Nippeln lutschen einer in einem oh, Blackbeard's hier einer in einem Mirror mit Daniels Stimme komm schon, zeig dich zeig dich du Bitch Oh, einer ist hinter Oh, einer ist hinter ich war schon wieder lange um die Ecke Fetscher hinter dieser Wichsbar, ey ich war schon wieder fünfmal um die Ecke ja, dieser Hurensohn boah da sind 50 ja, genau wie er mir den Headshot drückt wo ich um der Ecke war da sind fünf Leute da in dieser fucking Bar ja, ohne ich konnte nur Twitch holen aber Fetscher lebt noch ja, der ist Twitcher ist ein äh, Twitcher Fetscher ist ein Cheater, Alter das ist ein Cheater ohne Spaß das ist echt ein Cheater ich war schon das ist so schlecht der Netcode ist wieder so scheiße in dem Spiel ich bin fünfmal heute um die Ecke gewesen und fünfmal hab ich einen Headshot noch kassiert die Dings hat Twitcher und Fetsch oh, Fetsch Halt's Maul ok ooooh tu nicht so, ich fang die ganze Zeit Fuse-Ladung ab ist nix los im Raum Bist du sicher? oh man die haben halt Cooldown Cooldown von was? die haben keinen Cooldown die halten nur dreimal ne Sache auf dann sind die weg nein die haben einen Cooldown einen Cooldown einen Cooldown? ja was ist denn hier los? wir werden verloren wegen dir Cooper wegen mir ich hab beide gekillt ich bin ja nicht so ein Fehl wie du ah ja dann hat die wenigsten Punkte also was mehr an wem es lohnt das stimmt wie benni sich da immer hoch mogelt ne mit seinen fucking Rook ey ja Rook ist so den Biogefahrgutbehälter lokalisieren und der hat immer... wo bin ich der? ich bin auf dem Dach gespawnt? holy shit das ist auch ein cooler Spawn auch richtig cooler Spawn auch richtig cooler Spawn ja du kannst natürlich die selben Schächte wie du die Granaten geworfen hast ich hab... ich kenn nur einen Schacht die sind nicht... die sind nicht äh... ich weiß wie es dir aussteckt oder so kannst du leicht sehen ja die sind im Haus die sind oben oh ok ich glaub... ich glaub die sind draußen aus dem Meer die haben ein U-Boot mit... im Bereich stehen das wär geil ein U-Boot so unter Wasser noch Siege das wär awesome oh hier hier ist was ach da sind die ah hier bei mir oh nein ist meine Drohne noch tot? nein ah sie ist gerade gestorben ich weiß... ich hab keine Ahnung wo ich hin muss das ist meine Drohne doch noch nicht das nächste sind doch nie in der Shisha-Bar ok die sind nicht in der Shisha-Bar da hat er nur... da hat er nur dran geklebt die äh Kapkan-Fälle hat er nur da... aber erst mal klugschall... ich weiß wo die sind ach da... die sind im Schlafzimmer ah verstehe ja natürlich ah natürlich das Schlafzimmer dann können wir dann durch die Luke entsteigen Daniel also das Schlafzimmer oder... das ist das Schlafzimmer wo die Luke ist ja ok dann... sucht auf dem Dach die Luke die hab ich noch nie benutzt kann man da ins in den Schlafzimmer rein? wir haben ja also... in dieses Badezimmer da das kannst du aber zumahnen das Badezimmer ok da ist die Luke Kupa ich mach auf ich komme ich komme ich komme Kupa bis der Headshot noch eine ist in dem Raum ja einer schaut eine ist da ich geh... ich werf ne Grenade runter ich werf ne Grenade runter ja Grenade auf die Position ab 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 ist verletzt geh weg geh weg Bernie ist verletzt ist mein... stirb sehr schön die Schnittrolle runter äh... nein Raum... actually... der kleine Raum hier Bernie rede rum... deutsch hinterm Bett ist einer der ist leer hinterm Bett ist einer mach mal keiner ran ich wurde entdeckt oh oh wo ist die? wo ist die Kamera? wo ist die Kamera? ich weiß was ich meine... direkt hinterm Bett war die Bernie Leute wo ist die Kamera? ich wurde entdeckt ich wurde auch entdeckt weißt du nicht was im Kopf musst du gucken ich hab gerade mich da war der glaube ich Kuppa da war der glaube ich Kuppa Kuppa? Kuppa? kann man da aufmachen? da kann man ja auch hier ist Cavera und Frost auch noch im Ziel ja einer wurde gespottet von uns ich... Jekyll spottet ein 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 wie hat da Rob ach copa ist chef Hast du noch ne Drohne Kooper? Kai der markiert пов misch chnnot Kavera ist wieder noch durchgelaufen Na die ist immer noch hinterm Bett ich weiss nicht wo ich in diesen Raum rein soll Von wo aus? Kann mir das keiner sagen? hey, ich bugge Ich bin in der Welt ich musste mal gucken vielleicht könnt ihr das sagen die Tuper wo ist der? Guck mal ich weiße das nicht Und dann kommt со Dry geradezu durch durch hinter dem Sofa versteckt geradezu ist glaube eine Dreh dich mal um Ihr? Ja, ich glaube da geradezu ist einer. Genau geradeaus. Genau geradeaus war. Oh, der Weiner! Wo ist Cavera gewesen? Die letzte war mit ihr, ist aber an der Tür. Hier rein. Hier kommt die rein? Keine Ahnung. Ja, ich hätte schwören können, dass ihr gerade da gesehen zu haben bei dir. Na, da ist sie. Andere Seite. Schön. Sehr schön. Meine Seite. Mit Kim. Dann hören wir genau geradezu von dir. Hä, warum läuft sie einfach vorbei an dir? Weil sie in den Raum wollte. Ja, trotzdem noobig. Oh ja, noch Zeit. Sub per erkannt konnte sie halt noch killen von hinten. Sie hätte ja erst mal Sub killen müssen, um überhaupt in den Raum zu kommen. Ich weiß, das stimmt, das ist halt noobin. Und sie wusste ja, dass ich draußen bin, weil ich die ganze Zeit markiert wurde. Ja, aber du hast die ganze Zeit auf ihr sie geschossen, ne? Du hast ja, wo sie ankam, schon auf sie geschossen. Mein erster Kill auf dieser Map. Oh mein Gott. Dein Züge Grund, warum dieser scheiß Cupgang gesaved wurde, ist, weil hinter dem Sofa sind noch so hier solche, wie so ein Regal, das hat ein paar Bullets abgeblopfen. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgutbehälter gefunden. Zehn Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Befahrgutbehälter gefunden. Zehn Sekunden. Die Schusslinie des Abweistgraden. Noch für die Kunde. Gerade noch die Stunde, aber es ist Einsatzbereit. Die Drohne ist zu beschützen. Die U-Befahrgutbehälter in jedem Fall. Dazu. Die Barrikade wird errichtet. Auch ciao. Eine Drohne. Die Deutschen sollen raus. Hier geht's ja Dios ab. Die Deutschen. Die Deutsche Macht. Okay, ich hab gedacht, die wäre weggefahren. Da waren zwei in dem Schacht. Ah, das ist der Aquarium. Ist das hier auch noch zum Reinforcen? Jetzt kann ich den Aquarium haben. Ah, die gehen schon aufs Dach, Jungs. Passt auf. Die gehen schon aufs Dach. Zur Luke. Hier klingelt's Telefon. Interessant. Nicht abheben. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Alles Schall und Rauch. Drohne kaputt. Ich habe fett. Drohne kam aus dem Board. Leute, äh, hier. Nein, wer hat denn mit der Außencam markiert? Ich wollte gerade Daniel Blackbeard ansagen, wenn der da rangeht. Blackbeard ist jetzt an dem Fenster zum Raum. An diesem Doppelfenster. Werft dein C4 daran, Daniel? Der müsste jetzt davor sein. Das hat's noch nicht gesagt. Ist das ein geiler Call? Ist das ein geiler Call? Der war richtig gut, ja. So, Luke ist auch offen. Da ist aber noch einer am Fenster. Ja, egal. Blackbeard ist weg. Das ist wichtig. Ich glaube, du könntest nullfalls auch durch das Mirror-Fenster bei dir gucken. Ja, ich guck noch Dings mit. Richtig geil geruilt hier, Daniel. Alter. Da kam ne Tröne schon raus. Ah, Bart. Hier über mir hör ich was? Auch schon offen. Ja, Luke ist drin. Jackal ist in Luke. Jackal ist in Luke. Jackal ist in Luke. Jackal ist in Luke. Ich hab genau gerade aus von dir. Er steht jetzt schon. Er steht da schon. Ich sag euch, Twitch-Drohne ist auch eingespissen worden durch die Luke. Achso, ich guck dann sie auf den anderen Raum. Das ist gar nicht gut. Nein! Fuse hängt da dran jetzt im Boot. The fuck, man. Ja, schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Schieß durch. Nice. Jackal ist zuletzt. Jackal ist hier verletzt. Ja, der ist da verletzt. Aber hier mal deckt die Luke. Die Twitch deckt die Luke garantiert. Twitch ist hier. Ich sag euch Bescheid, wenn Twitch reinkommt. Kann jemand die Vakerycam schauen? Aua, Twitch-Drohne ist vor mir. Die schießt mich ab. Ja, die ist vor mir. Die rettet den gerade nicht. Twitch-Drohne tot. Also, Jackal könnte sogar verbluten vielleicht. Der markiertes Chickle. Er ist einfach beim Schieckle. Ah, sich ist daran? Ist einfach beim Schieckle. Ist einfach beim Schぶpra, ich bin schießt. Ist einfach beim Sch Single. Regveved. Revived. Oh. Nice. Uhhh. Das letzte Fenster, oooh. listens zur Fenster. Um. Um. Oem. Rechts vom Fenster. upun ast renovier, wenn du vom Raum aus guckst. Rechts. Getting. Geht komplett death erstmal. Er muss sich da ja erstmal rein rappeln. Ich guck Luke Raum. Nicht mehr Kameras gucken, Kopa, ich guck. Okay, Sub guckt Luke, dann guck ich andere Kamera. Du hörst das, wenn er sich rappelt, Bernie. Du guckst nicht... Genau, bleib so. Der rappelt sich. Er kommt... Er ist oben, er ist oben. Unten, 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 unten. Der ist unten am Fenster, glaubt, gewesen. Nee, geh, hock dich hin. Du hörst, wenn er sich rein rappelt. Das hörst du. Oben, oben rappelt. Komplett. Oben links, da sie es hin. Er rappelt sich, mach ihn. Kopa! Oh. Hui, hallo. Alter. Ich hab leider seinen Kopf nicht gut erwischt. Ich wusste, ich hab gedacht, Twitch und Jackie sind die letzten, deswegen bin ich da messernd reingelaufen. Ach so. Ich hab mich übelst gewundert, wo ich Twitch gemessert hab, dass die Runde noch nicht vorbei war. Ich hab nicht mehr gepeilt, dass Stutch der letzte ist. Ja, manchmal merkt man das. Deswegen bin ich da einfach messernd reingelaufen. Läuft. Und da messer ich Twitch und Jackie lebt noch. Hä? Der hat doch nicht den Raum getappt. Hä? Hä? Möchten balance. Hä? 4-4, 1-1-1. Ja, also die Stats sind genau gleich. 4-0-2, 4-0-2. Ah, das war so geil mit dem C4. War die, war das Fenster schon auf, Daniel? Doch. Aber das C4 war eigentlich richtig scheiße. Es hat aber irgendwie noch gereicht. Hat er das Fenster schon aufgehabt, Blackbeard? Ja, das war schon. Fuck. Ja, war keine Ahnung. Das wäre natürlich geil, dadurch... Na egal, sowas auch cool. Das war echt lange, jetzt war aber ein bisschen kurz, das C4. Ja, aber es hat irgendwie gerade noch so gereicht. Hier, hier, ähm, hier oben. Äh, oh, ich weiß nicht, wo die Behälter hier sind. Ich habe sie markiert. Das ist schon, sag einfach eine Raumnahme, damit wir uns das merken. Ich bin nämlich noch mal drauf geachtet. Ah, dann, okay, das ist der, wo das Aquarium ist. Mit Raumnamen kann ich, äh, mir schneller identifizieren und merken. Einladung. Dritte Treppe hoch, die blaue... Oder benenn den Raum einfach selbst quasi, nach, äh, nach deiner Erfahrung, wenn... Wir haben ja auch eigene Nachrichten. Ich hab ja noch keine Erfahrung. Der mit dem Billard. Der Billard-Raum ist das jetzt. Der Billard-Raum ist eigentlich schlitzig. Ich würde die jetzt gerne mal bei Nacht spielen, äh. Ja, weil das sind die sehr schön aus. So habe ich schon zweimal bei Tag gespielt, so wie ich sie bei Nacht spielen. Nacht ist echt cool. Das mit der Musik ist ein ziemlich nach dem Feature, muss ich sagen. Nie, na, nach Nacht. Okay. Oh, die haben wir in den Schli-Schn-Schnappi. Schnappi-Schnappi-Schnapp. Oh, yeah. Schli-Schnappi-Schnappi-Schnappi-Schnappi-Schnappi-Schnappi. Ey, ich werfe jetzt auch mal meine Granate da runter, okay? Okay. Das sind ja neue Typen. Ein bisschen kochen, ein bisschen, und dann zack. Nein! Ah, schade. Ah, ich hätte es gar nicht probieren sollen. Ah, nee, das ist lieber. Die habe ich schon kaputt gemacht. Hä? Das gibt sich, wie kann er mich so sehr sehen? Bennethock direkt unter dem Doppelfenster. Wie kann er mich so sehr sehen, dass er mich... Es ist so lächerlich, das Spiel manchmal. Ich spiele es manchmal so lächerlich. Na, guck mal, ist da, wo ich eigentlich hinwollte, ursprünglich, ne? Oh, der ist aktiviert. Cool. Jetzt hab ich geschaut mit den Draumen aus. Kann man da rein? Oh, ich bin, kann man da rein. Da hast eine Kamera direkt am Sekt, ne? Hm. Die kenn ich. Wenn du mit der Kamera auf den Flur guckst, kann ich dir ansagen, wenn da einer kommt, Koopa. Wenn du die nochmal umdrehst. Mach ich. Aktiviere Drohne. Ich schreie jetzt, okay? Ja. Jetzt ist aber keiner rumgelaufen. Aber der könnte ja noch kommen von der Treppe da. Hm. Schocktraum zur Stelle. Hier. Bennet war rechts vom Doppelfenster, Koopa. Also von dir aus diagonal rechts im Raum. Sprengladung ist fertig. Hast du den gesehen? Diagonal rechts hinterm Raum? Ich hab ihn grob gesehen. Der Drohne ist tot. Koopa, deine Drohne ist tot. Ich bin schon tot. Ach so. Ich hab den 0 gesehen und der hat mich dann durch irgendwas getötet. Keine Ahnung. Die Drohne ist aktiv. Oh, da ist er, der Treppe. Da, Treppe, Treppe, Treppe. Oh, fuck. Einer vom eigenen Trupp. Hast du ihn verletzt? Locker auf der Treppe. Ne, dreiviertel Leben. Kann doch bloß ein Hedder gewesen sein. Ja, deswegen ja. Hm, schöner Kopf. Da ist er. Benni, du bist ein bisschen nach vorne. Der schaut nicht da, wo du... Hast du das nicht gesehen sein Kopf? Eigener Trupp wurde eliminiert. Fuck. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder angreifen. Angreifen ist cool. Das ist schon 2-2. Ja, wir haben 2-0 geführt, oder? Ne, 1-1. Ja, jetzt hat man zwei Easy-Apps. Das haben wir mal wieder verspannend. Wir haben heute fast jede Map gehabt, ja? Außer die Erste. Also, an Part meine ich jetzt. Dass wir jede Runde ein Part haben. Einrichtung. Wir kommen langsam im Verzug, ey. Wir sind schon Ende April. Oh, ich bin hier instant. Äh, Küche. Hallo. Mit einer Mira. Ne, doch nicht. Ich hab gerade kurz. Ich hab gerade mal einen Rook. Na. Warum hast du den denn noch nicht geholt? Weil's unnötig ist. Das war schön Geldwaste. Wir heißen ja nicht da, Daniel. Das hört euch zu. Fünf Sekunden bis Einsatz. Das macht den Operator nicht besser und sieht auch nicht mal geil aus. Der einzige, der angembar aussieht, ist Sledge. Von den Elite-Skins find ich bisher alle scheiße. Ich find Sledge ganz cool, weil's einfach auf dem Fürth zu Battlefield passt. Am ehesten Capcom. Das ist mein Gesicht. Ich find Sledge schon cool. Ich auch. Ist das hier direkt zum Raum? Geil. Ja, das ist die Küche und die Cafeteria und so. Oh, hier ist ne Luke. Mach mit die, Mann. Ich hab das gemacht. Ja, mach gleich gleich. Ich wollte erstmal gucken und links vom Fensterkupper. Ach, das ist die... Ich versuch mal ne Timenade zu werfen. Ähm, Jung, die Luke ist nicht gefährlich, weil... Das ist so. Ist sie reinforced? Ne, ne, die Luke. Ich meine, ähm, die Drohnen, die Drohnenluke hier. Die ist nicht gefährlich, weil das um die Ecke geht. Kontaktgranate rausgekommen. Ah, noch eine. Ich hab 45, 42. Luke ist tot. Headshot. Nice. Da ist noch ne Frost von unter dem Fenster. Nice. Hast du noch nen Operator gesehen? Oder war das... Luke hast du markiert, oder? Ja. Genau geradezu. Frost ist hinten durch, hinterm Regal. Rechts vom Behälter, wenn du reinguckst. Da. Da. Genau da in die Richtung. Oh, links jetzt. Da, wo Rook war, war Doc jetzt. Ich wurde entdeckt. Da, wo Rook war. Kuba, da, wo Rook war. Die Camp ist kaputt. Ist hier der Vakery draußen? Wie ist Daniel denn schon wieder gestorben? Ja, da war der Ding. Links ist Doc und rechts ist Frost. Da ist Frost und ganz links ist Doc. Schön, Kuba. Ganz links ist Doc. Den hab ich gesehen in der Camp. Der ist da, wo... Da, da, da. Bendy liegt in dem kleinen Räumchen geradezu. Ich hasse diese Peaks, ey. Weißt du, diese Peaks sind so OP. Kannst gefühlt nix dagegen machen. Da müsste Doc sein, Sub. In die Richtung. Ne, du bist an dem Fenster, wo wir waren. Doc ist links von dem Fenster. Ich werd wieder die ganze Zeit... Bendy, du Wahnsinniger. Links von dem Fenster, Sub. Andere Richtung. Andere Richtung. Andere. Noch weiter. Ganz scharf links. Und wieder entdeckt. Und ganz links rum. Da. Was? Schmier, du kein Headshot? Geist noch doch. Einer vom eigenen Trupp verbreitet. Ja, sehr komisch. Mich sah das auch wie ein Headshot. Er ist genau gerade. Ja, heils ist halt. Er piekt jetzt wahrscheinlich. Der piekte ich. Ja, der wird dich pieken. Pass auf. Irgendwo rennt was raus. Der ist da wieder... Ich hab ihn markiert, Sub mit meiner Drohne im Raum. Er steht exakt auf dem Punkt. Exakt. Er guckt genau aufs Fenster wahrscheinlich. Du könntest ihn wegpieken vielleicht. Ja, schön. Das war der markierte. Doc ist da aber immer noch. Doc ist da immer noch. Schock, was raus. Da hinten durch. Hinten durch. Hast du ihn gesehen? Hinten da links, ja. Unten. Er crouched. Er crouched. Kopf war gerade war der unten. Hinten da. Ja. Genau da. Caveira. Oh fuck. Jetzt wird es eng. Aber sie ist nicht im Raum. Das ist gut. Wenn du Doc vielleicht wegnimmst, kannst du den Raum tappen. Unter dir ist eine Frostfalle. Ganz, ganz wichtig. Unter dir ist eine Frostfalle. Du könntest auch seitlich durch die Tür gehen. Wenn du links weiterläufst. Unter dir ist eine Frostfalle. Hast du das gehört? Ja. Links ist ein Gang. Ah, da wurde auch die ganze Zeit markiert. Ich habe keine Ahnung, wo die Camps hier sind. Ich glaube, es war eine Weltcam, oder? Ne, war keine Weltcam. Eine habe ich gekillt. Die andere war es jetzt auch nicht genug. Scheiße. Hast du was mit Kuba hier heute? Internet ist nichts. Immer wenn ich alleine gespielt habe. Jedes Mal, wenn ich alleine gespielt habe, perfekt. Also ich habe ja schon, ich habe irgendwie zwei Stunden vorher gespielt. Keine Probleme, nix. Jedes Mal, wenn ich einen Scott suche, dann kriege ich mal Verbindungsfehler. Ich habe sogar, während ihr gespielt habt, als ich da beim ersten Mal ausgeflogen bin, war ich auch drin. Und da lief alles wieder perfekt. Ich verstehe die Welt nicht. Passiert. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.